Am Samstag, den 11. Juni 2011, fanden sich nicht nur Sportfans im VGH-Stadion am Meer in Cuxhaven ein, sondern auch die vielen Anhänger der Serien Verbotene Liebe, Sturm der Liebe und Rote Rosen, sowie des Promi-Magazins Brisant. Gemeinsam mit zwei Fansteams, das Erste.de und Enjoy, welches erst im Stadion gecastet wurde, kämpften die Promis um den Pokal im ARD Beachvolleyball Star Cup. Alle Regenwolken machten geschickterweise einen Bogen um das Stadion, wo auf dem Center Court alle Spiele ausgetragen wurden. In das Finale zogen das Enjoy-Team und Brisant mit dem frisch gebackenen Sportschau-Moderator René Kindermann ein. Sieger wurde das Enjoy-Team. Das Sieger-Video finden Sie auch auf guckstips.tv. Die Fans reiten sich in einer langen Warteschlange ein, um ihren Idolen ganz nah zu sein. Gelegenheit, Autogramme zu ergattern, gab es dann auch am Sonnabend ab 20 Uhr in den Haberkallen bei einer Fanparty. Da ich nur etwas dieser gelungenen Veranstaltung aufgezeichnet habe, dachte ich, ein Videomix kann nicht schaden. An dieser Stelle möchte ich auch einen persönlichen Gruß an alle Teilnehmer im Stadion und die vielen Fanclubs aussprechen. Einen besonderen Gruß noch an die Community der ARD-Fanclubs. Das ist gut, ob mein Liebling war oder vielleicht auch noch Ben mal nachschauen. Hallo. Ein wichtiges Team hier. Und Platz für meine Frau. Und das ist das Fancy, das erste in blau, jetzt können wir noch Platz. Und die verbotene Liebe. Ein wichtiges Applaus für meine T-Shirt. Jetzt geht es um Platz für meine Damen und Herren. Und die Verbotene Liebe. Das war's! Ein Applaus! Klatschleife! Hö! Whoo! Ich bin ja den Treinen ikke anspr surt. Darum geht man hier auf, dass wir alle zusammen Spaß haben hier. Aber jetzt geht es wieder zu Südenplätzen. Es ist ein bisschen ein bisschen auf dem Rochen. Er ist ein bisschen wie ein Wohr Das ist das Spiel, das ich trage zwischen dem Team Wilkrandt und dem Fremd, den N-Joy gar nicht schon bereiten, bitte. Wir haben jetzt das Finale und der Sieger des Finals, der spielt dann gegen ein All-Star-Team aus allen Serien, die da war, eine große Mix-Mannschaft gegen den Siegern des Finals. Hat er jemand Lust dazu in eurem Auge? Ja, aber ich bin gar nicht so... Ah, mit Ton. Herr Riep, das handelt sich hier mal um eine Tonaufnahme. Ja, wissen Sie, das Wort Ton sagt ja eigentlich alles, Herr Riep. Okay, danke, Herr Rüpp, ich bin ja schon ruhig. Alles klar, Herr Riep, vielen Dank. Mega stark. Bin ich jetzt im Fernsehen? Geh, 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 die Räule, oh, was passiert, die Räule, oh, was passiert, die Räule, oh, was passiert, die Räule, oh. Schauen wir auf einmal auf 4-3. Ja, das können wir auch noch einmal auf 4-3. Ja. Ja. Na, das ist nicht so, dass wir hier haben. Ich muss Akkuladen. 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 Ich muss Akkuladen.